Hallo zu AFK-TV. Wir zeigen... nee. Und zeigen, was passiert, wenn man den Text vergessen hat. Arbeitet. Wer in der Disco arbeitet. Oh, ich kann es nicht. Hallo, kann man, wir würden nochmal. Mit der rechten Hand in die andere Richtung. Ja, links nach oben weg. Es schaut halt nach links die ganze Zeit und es riecht die ganze Zeit weg. Ja, ja, nur weiter am Ansatz. Nein, weiter. Oh, machen wir das immer nochmal länger, als es eigentlich sein sollte. Ansonsten geh doch einfach mal hin und mach die Stirn. Jetzt machen wir es noch schlimmer. Verflug. Maria, spiel mal ein bisschen Maske. Es war halt hier das Stückchen. Okay, ja. Zeig nach links. Schau, es zeigt so nach links vorbei. Ist nicht, das ist eine Kugel. Okay. Dabei gibt es doch mittlerweile eigene Hotels für Hunde. Dort können sie ihren ganz eigenen Urlaub genießen. Mach mal. Ferienzeit ist Reisezeit. Aber wohin mit meinem Hund? Entschuldigung. Entschuldigung. Und Deutschland hat so... Entschuldigung. Dafür... Wer in der Disco arbeitet, denkt mich nicht... Mann! Die Wörter sind aber auch schwer, die ich hier heute hab, ne? Vier... Drei... Alpakas und Kamele, die gibt es zwar... afk.tv. Tschüss. Das heißt... Und wieder ein Anfang. Tschüss. So, das war's auch schon wieder mit afk.tv. Auf. Auf. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann schaut doch auf unserer YouTube-Seite oder unserem Facebook-Channel. Andersrum. Vorbei? Wir laufen immer Montag bis Samstag, ab 16 Uhr. Und da wird's schwarz hinter mir. Wir laufen immer Montag bis Samstag, 16 bis 17 Uhr. Und noch einmal Samstagabend... Ach, Montagabend. Ich glaub, das wär doch keinem aufgefallen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Helm... Helm-Poach. Bis dahin, genießt die Sonne und bis bald. Nochmal. Licht aus. Licht aus.